Hallo und herzlich willkommen meine gefühlt Freunde zu einer zweiten spannenden Folge How to Play und diese Woche endlich mit dem neuen Rahmen, den ich ja letzte Woche schon angekündigt habe und den ich ja schon auf Twitter mehrfach gepostet habe und wirklich lasst ihn auf euch wirken. Es ist so geil, ich habe es diesmal wirklich mal ziemlich, ziemlich gut geschafft. Die Aufnahme wirklich qualitativ sehr hochwertig, würde ich schon sagen, qualitativ sehr hochwertig dafür, dass es nur eine Kamera ist und auch sehr gerade aufzunehmen. Ich habe den Rahmen ziemlich geil gemacht. Es gibt zwar noch ein Problem mit dem Schnitt, das habe ich jetzt schon mitbekommen. Ich muss da nächstes Mal ein bisschen was anderes machen. Deswegen verzeiht, dass es da noch ein, zwei Probleme gibt, die grafisch noch gelöst werden müssen. Aber das wird, ich denke mal, ab der nächsten Woche kein Problem mehr sein. Ihr werdet nächsten Freitag, also dann einen wirklich, wirklich, wirklich ziemlich, ziemlich geilen Rahmen in Aktion erleben und das war auch genug Vorgeplänkel und Eigenwerbung für mich selber und für meinen Rahmen. Komm, genieß doch einmal kurz den Rahmen. Er ist so geil. Genießt ihn. Los. Okay, genug, 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 genug. Genug. Genug genießen. Jetzt lassen wir uns erstmal die Teams angucken. Also wir hatten diese Woche ein Nidoking dabei, ein Forstaker, ein Turtok, das Turtok, was ich ja vorgestellt habe, das Pokémon der Woche, das ihr auch am Sonntag gewinnen könnt. Ein Zidiana mit Wahlglas, ein Shamel mit Live Warp und ein Flampivian mit Wahlstern. Und ich habe ganz vergessen, die anderen Items zu sagen. Also Nidoking hatte auch Live Warp in dem Fall. Forstaker, der Beurenhelm und Turtok, ja, Turtok hatte Überreste. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, aber ist alles in Ordnung. Dann unsere Gegner hatte ein, ja, ein nicht ganz vollkommen Yu-Yu-Team. Ich habe einfach gesagt, ja okay, die Person meinte, sie hätte keine, also hätte nicht genug Yu-Yu-Pokémon. Also habe ich das durchgehen lassen und dachte mir, okay, mal sehen, könnte ja trotzdem spannend werden, was er ja auch letztendlich geworden ist. Schöner Kampf geworden. Also wir haben ja ein Seppi-Royal auf unserer Gegnerseite, ein Flambirex, ein Glurak-X, ein Nachthara, ein Dornfahn und ein X-Bad. Also wie man gut sehen kann, haben wir drei Yu-Yus, zwei O-Yus und ein A-Yu. Also gleicht das einigermaßen aus, würde ich sagen. Und ja, ich würde sagen, ist alles in Ordnung gewesen. Ein ziemlich, ziemlich schöner Kampf geworden. Und dann sehen wir uns gleich, wenn der Kampf entscheidet und dann los. Jetzt beginnt der Kampf auch schon. Da ist Kune, unser diesmaliger Gegner, könnte man fast sagen. Und ich beginne hier mit Nidoking. In diesem Fall sogar mal ein physisch offensives Nidoking. Da dachte ich mir mal, ganz interessant zu spielen. Vielleicht eine kleine Ratschung von meinem Gegner hier im Seppi-Royal-Fall. Dachte ich jetzt auch, aber er holt Reflektor raus. Und damit, ja, hätten wir in dem Fall vielleicht eine Schlammwoge. Könnten wir Seppi-Royal viel Schaden drücken. Aber in dem Fall, ja, macht der Reflektor leider seinen Job und er überlebt. Und aus irgendeinem Grund hat er Citrus-Beere auf diesen Ding. Von dem Moment an war ich unglaublich verwirrt, was mein Gegner nun hier für einen Competitive-Spieler ist. Ob er überhaupt ein Competitive-Spieler ist. ETC, also hier, ziemlich verwirrt. Und hole deswegen mein Shaman rein, weil ich dachte, ein Blättersturm wird es fressen. Auch ein Drachenpuls wird es fressen. Vielmehr wusste ich nicht von Seppi-Royal in dem Fall. Deswegen dachte ich, das wäre schon mal recht sicher. Mir war klar, dass wir schneller sind. Aber wir sind doch nicht schneller. Und dann war ich wieder verwirrt. Und meh, meh. Ich dachte eigentlich, dass wir schneller werden. Naja, gut. Hier kommt der Luftschnitt. Und zum Glück reicht der auch aus, um Seppi-Royal aus dem Spiel zu nehmen. Und damit haben wir schon mal Seppi-Royal raus zum Spiel genommen. Und ich war schon mal heidenglücklich. Sagt man das so? Ich war schon mal sehr, sehr glücklich, dass wir in dem Fall diesen Thread rausgenommen haben. Der uns noch einige Probleme bereitet hätten können. Ich wusste ja nicht, was jetzt auf mich zukommt. Deswegen wechsle ich hier lieber mal aus. Weil, wie wir gesehen haben, kann unser Gegner ziemlich verschiedene Sachen machen. Und er macht hier in dem Fall Toxic. Und das fällt natürlich bei meinem Forstaker. Macht natürlich ein Toxic. Kein Schaden. Er wechselt hier auf Glurak. Und ich war mir nicht sicher, was wird er machen. Ich bin erstmal auf die Tarnschande gegangen. Schon in der Runde davor, um sie rauszuhören. Damit er nicht Glurak einwechseln kann. Leider hat er in dem Fall das Projekt und Glurak schon reingeholt. Ich wechsle hier natürlich aus. Weil ich meine physische Worte nicht verlieren. Und ich hatte Angst, dass es ein Glurak Y ist. Aber wechselt hier auf Tortalk. Weil ich dachte, komm, du bist kein Glurak Y. Du bist kein Glurak Y. Du bist kein Glurak Y. Und es ist ein Glurak X, wie wir erzählen. Und ich war so, so, so glücklich. Weil ich dachte, okay, die Angriffe von ihm werden wir überleben. Aber er macht jetzt einen Drachentanz. Hat er das prediktet, dass wir auswechseln in dem Fall? Hätte drinbleiben können, aber hätte mir auch nichts gebracht. Weil Forstaker keine guten Tanken drauf hat. Ich dachte mir, okay, was machst du? Er boostet sich weiter. Ich hatte langsam ein bisschen Schiss. Was will ich jetzt großartig machen? Da dachte ich mir, hm, mal gucken, was wir jetzt machen. Und wir machen erstmal ein Siedewasser. Weil ich aus irgendeinem Grund dachte, das wäre sehr effektiv. Aber wie ich jetzt im Nachhinein weiß, ist es nicht sehr effektiv. Und deswegen bringt uns Siedewasser hier nicht groß weiter. Er macht einen Drachenklauen im Moment. Und wir überleben zum Glück mit 2 KP. Können Toxin auf unseren Gegner machen. Und das war natürlich schon mal sehr, sehr schön. Weil nun können wir Glurak einigermaßen ausstornen. Ich überheile immer ein bisschen mit den Überresten. Vielleicht im Regen wären wir jetzt wieder... Hätten wir einen kleinen Vorteil gehabt. Aber er verliert jetzt jedes Mal ein bisschen KP. Und das ist nicht verkehrt. In dem Fall hole ich mal einen Schutte draus, um ein bisschen zu stallen. Und dachte mir, okay, komm. Wir müssen so viel heilen, wie wir können. Und wir müssen den Gegnern so viel Schaden machen, wie wir können. Und deswegen musste ich hier einfach mal ein bisschen stallen. Und gucken, was ich jetzt hier Großartiges machen kann. Unser Gegner kriegt immer mehr Toxik-Schaden. Und ist damit langsam, aber sicher in einer grenzlichen Situation. Weil der Toxik-Schaden wird ja immer größer. Und damit hat er natürlich ein großes Problem in dem Fall. Ich höre Shaman raus, weil ich es opfern wollte. Im Nachhinein hätte ich vielleicht auch vor Stagger reinholen können. Denke ich mir jetzt so. Mit dem Boylenhelm und dem Toxik und der physischen Defensive hätten wir einiges abgehalten. Aber so verlieren wir unser Shaman. Und er macht weiterhin gutes Toxin. Guten Toxin-Schaden kriegt er hier ab. Er hält nicht mehr lange aus. Dachte mir, deswegen hole ich hier Totok rein, um Schutte zu stallen natürlich. Und sein Glurak immer, immer mehr Schaden reindrücken zu können. Und ja, das war eigentlich mein Plan in dem Fall. Er macht in dem Fall einen Drachentanz. Weil, ja, ich weiß nicht. Er dachte vielleicht, wir wechseln aus oder sowas. Wir wollen auf irgendetwas locken. Aber machen wir in dem Fall natürlich nicht. Und ja, wir heilen weiter mit unseren Überresten. Wollte er natürlich, wie schon öfters erwähnt, jetzt in dem Fall stallen. Und er verliert immer mehr KP. Und jetzt ist sich, bin ich in dem Fall, ja, ich wollte einfach nochmal Schutte drücken, um eklig zu sein. Aber es hat natürlich nicht geklappt, weil Eglichkeit wird immer bestraft. Und da verlieren wir unseren Totok. Das war auch gerecht, weil eklig sein wird bestraft, liebe Kinder. Seid bitte nicht eklig. Und ja, also Glorak verliert hier auch seinen letzten KP durch das Toxin und hat damit dann auch verloren. Er holt hier seinen Flambeerex rein. Ist damit natürlich, ja, wir waren beide in der Situation, wir konnten reinholen, was wir wollen. Ich hole meinen Nidoking rein. Und nun hatte ich die Situation. Wird er auf X-Bad wechseln, mache ich Erdbeben, mache ich Erdbeben nicht. Und ja, ich habe mich in dem Fall natürlich dagegen entschieden, weil X-Bad einfach viel zu obvious gewesen ist. Aber er wechselt nicht und es trifft dann durch einen Flambeerex. Und er kann Erdbeben machen in dem Fall und macht uns damit ziemlich, ziemlich viel Schaden. Jedoch im Nachhinein betrachtet finde ich, dass es eigentlich gar nicht so viel Schaden gewesen ist. Und dass er da noch einiges hätte mehr reißen können. Aber ja, aus irgendeinem Grund hat er in dem Fall, ja, irgendwie nicht so viel Schaden gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht nicht volle Investments da drin. Hier geht erst mal ein Gift-Heap auf X-Bad. Und hier dachte er sich, ja, ich gewinne, aber ich habe noch meinen Tiefschlag auf diesem Nidoking. Weil es kein Warschaden Nidoking ist, sondern ein Live-Up-Nidoking. Und damit nehmen wir es raus, haben noch ein paar KP übrig. Und jetzt holt er seine Nachthara raus. Und ich dachte, okay, was wollen wir gegen Nidoking machen? Wir können nicht viel machen, außer vielleicht zu hoffen, noch ein bisschen Schaden drauf zu machen oder sowas. Aber deswegen wechsel ich hier Nidoking aus, weil ich wusste nicht, ob ich es noch gegen Flambeerex brauchen könnte. Das hat natürlich auch ein Erdbeben und wechsel deswegen hier auf meine physische Wall. Und er macht einen Spukball und da war mir klar, ja, der wird nicht viel Schaden machen. Schmarotzer würde vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen. Hier dachte er sich, er hat Wunschtraum und möchte das auf seinen Flambeerex passen. Aber er hat leider nicht mitbekommen, dass Wunschtraum und Mondscheine nicht genau dasselbe sind. In dem Moment hole ich meine Giftspitzen raus. Ich spiele sehr gerne Giftspitzen auf meinem Forster Hecker, um damit, ja, unsere Gegner natürlich sofort zu vergiften. Und er macht Schutzschild aus irgendeinem Grund und ich mache natürlich weiter Giftspitzen. Da habe ich zwei Lagen Giftspitzen raus. Alles, was er jetzt reinholt, hat eine schwere toxische Vergiftung und hat damit schon mal um einiges mehr Probleme als ohne eine Vergiftung. Unser Gegner macht hier sein Toxin, weil er dachte, wir wechseln aus. Aber natürlich wechseln wir nicht aus, weil wozu denn? Und zwar, glaube ich, in dem Fall sogar schon klar, dass unser Gegner hier speziell defensiv sein muss, weil sein anderer Tank ganz klar donfern ist. Wechsel ich hier auf meinen Nidoking aus, weil ich erstmal dachte, er wird sich wieder heilen wollen. Aber er macht Spukwale und damit opfern wir leider hier nicht unseren Nidoking und haben es somit dann noch verloren. Es hätte sowieso nicht mehr so viel reißen können in dem Fall und damit war dieser Verlust auch nicht so schlimm. Ich hole hier meinen Smile rein, meinen Flampivion. Und Flampivion dachte ich, okay, Flampivion hat Kraftkoloss. Das sollten wir jetzt auf alle Fälle drücken. Kraftkoloss ist nicht so verkehrt und hier kommt auch der Kraftkoloss, aber er hat Schuttet gemacht in dem Moment und konnte damit sich natürlich beschützen vor dem Kraftkoloss. Er ist aber nicht gewechselt auf Donfern, sondern einfach drin geblieben und das war natürlich nicht so glücklich. Soll überlebt sein nach Tara mit wenigen KP. Ich glaube, er meinte drei oder vier, aber ist auch egal. Er macht in dem Fall seinen Toxin, wo ich mir dachte, warum Toxin? Was bringt ihm das? Aber okay, ich dachte mir, ist ja eigentlich scheißegal. Wir bleiben einfach drin, gehen weiter auf Kraftkoloss. Aber er macht hier wieder ein Schutzschild, um uns zu stallen, denn er musste sich natürlich auch dafür rächen, dass ich ihn stallen wollte und nun muss er mich auch etwas stallen. Das ist die normale Stallregel, liebe Kinder. Gut, hier kommt von mir natürlich mein zweiter Kraftkoloss, auch mit vermindertem Angriff. Macht er noch einige Schaden oder zumindest genug um drei KP oder so zu ziehen und der Volltreffer war natürlich in dem Fall vollkommen unnötig. Unsere Werte sinken weiter und damit hat er auch seine Nachttage an dem Fall verloren. Und ja, Flampivion kriegt noch ein bisschen Toxicschaden. Ist aber nicht schlimm, in gar keinem Fall. Und er wechselt hier seinen Don Phan rein, der 100% Boy. Ich verstehe den Spitznamen zwar nicht ganz, aber man muss ja auch nicht alles verstehen, was der Gegner raus soll. Das ist schwer toxisch vergiftet in dem Fall jetzt. Natürlich ein großer Vorteil für uns, wenn die Wall vergiftet ist. Und ich dachte mir, bleibst du einfach drin, haust du einfach noch weiter drauf. Und wir machen gar nicht so wenig Schaden dafür, dass wir minus zwei sind und er physisch defensiv. Das ist echt nicht so verkehrt. Aber hier kommt das Erdbeben unseres Gegners. Und das ist natürlich klar, dass es bei minus drei ganz klar reichen wird. Sehr effektiv, Step. Und ja, da reicht das und wir verlieren unser Flampivion. Damit haben wir nur noch zwei Pokémon. Und unser Gegner hat nur noch zwei Pokémon. Wir, unsere beiden Pokémon sind angeschwächt. Seine beiden sind angeschwächt. Außer natürlich Mainzian, wo sich jetzt reinholen. Und das natürlich jetzt noch einiges reißen kann. Denn es hat den Strauchler, wie man jetzt sieht. Und Strauchler reicht gegen ein Füß, die eventuell ist Don Phan natürlich aus. Wir konnten die Robustheit breaken. Und damit hat er jetzt nur noch sein Flampivion. Flampivion, nicht Flampivion. Das ist ein falsch ausgerücktes Wort von mir gewesen. Nun dachte ich mir in dem Fall, wechselst du mal lieber aus. Denn Flampivion, wie man gut sehen kann, ist natürlich jetzt nicht mehr in dem Moment stark genug, um irgendwas zu töten. Das habe ich gar nicht gedacht. Aber man weiß nie, ob er vielleicht einen Tiefschlag hat oder sowas, damit noch viel Schaden drücken kann. Deswegen dachte ich mir, wechseln wir auf, Forsaker. Aber hier mal kommt der Fokusstoß aus irgendeinem Grund. Ich habe es wirklich teilweise gar nicht verstanden, was so ein Gegner hier gespielt hat. Den Fokusstoß habe ich noch nie auf einem Flampivion gesehen. Und damit kriegt er nicht mal Beulenhelm Schaden. Und das ist natürlich sehr verheerend für uns. Denn so verlieren wir jetzt im Nachhinein noch unser Forsaker. So, jetzt steht es 1 zu 1. Aber ich denke, jedem, der sich ein bisschen mit Competitive auskennt, weiß, dass unser Ciala in dem Fall ganz klar schneller ist als Flampirex. Und dann kommt die Psychokinese und die reicht natürlich auch aus. Wir hätten sicherlich noch eine Attacke überleben können. Und dann hätten wir auch gewonnen. Und somit haben wir letztendlich diesen spannenden Kampf gewonnen. Und ja, also es war eigentlich gar nicht so ein schlechter Kampf in dem Fall. Seine interessanten Movesets haben mich zwischendurch überrascht. Und vielleicht war es auch teilweise eher Lack, dass der Kampf so geworden ist, wie er geworden ist. Aber ich fand ihn echt nicht schlecht. Und der neue Rahmen sagt, komm, kommt Leute, in die Kommentare muss es kommen. Der neue Rahmen ist richtig sick. Komm, das will ich jetzt sehen. Hashtag, der Rahmen ist sick. Das ist der Hashtag für diese Folge. Ich sollte eigentlich vielleicht mal unten so eine Frage der Woche, Cilo oder sowas einfügen. Wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Aber eigentlich braucht man das nicht. Also gut, wenn ihr nichts aufpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Da habe ich heute viele Versprecher drin. Schreibt einen Kommentar, wie sick der Rahmen ist und wie euch die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei einem anderen Video oder beim nächsten Mal oder gar nicht mehr. Und damit, ciao.